Natürlich auch die besten Voraussetzungen heute hier am Königskrind. Die vorletzte Turnerin am Stufenwaren kommt aus China. Wir sehen Tian Tianwan. Kommt an Tianjin. Dort aus dieser Stadt berichteten wir bereits 1999 von den Weltmeisterschaften. Da war sie aber noch nicht dabei, denn sie ist gerade mal 19 Jahre. Auch hier der Jäger-Salto, allerdings in gebückter Ausführung, nicht gegrätscht wie bei Annika Pfeffer. Turn vom Hohen auf den unteren Holm mit Flugteil. Alles sehr perfekt durchexerziert, so wie wir es von der chinesischen Turnschule gewohnt sind. Und Zuckerhara-Abgang.